Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem zweiten Teil des zweiten Spieltags. Ja, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ich habe ein paar Legenden umgeändert, unter anderem beim 1. FC Nürnberg. Da spielt jetzt Max Morlock statt Marek Mintal. Das hat sich ein Fan gewünscht. Ich hoffe, er kann davon jetzt auch profitieren und sieht das. Lasst ansonsten gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten würde ich jetzt sagen, geht's los. Viel Spaß mit dem ersten Spiel Bayern gegen 1860. Beide Münchner Teams stehen schon unter gehörigem Druck. Beide haben das erste Spiel verloren und müssen jetzt hier am zweiten Spieltag ihre Partie bestenfalls gewinnen. Die in rot gekleideten Münchner machten hier das Spiel im ersten Durchgang. Die erste Chance ergab sich dann nach 25 Minuten durch Thomas Müller. Der Ball war jetzt nicht sensationell gefährlich, aber es war zumindest mal eine Tor-Annäherung. Zumal von den Blauen Löwen überhaupt nichts kam und Bayern weiter nach vorne spielte. Leroy Sané zieht den Fuß über den Ball, sieht dann Thomas Müller. Der probiert es artistisch. Der nimmt ja den Ball in jeder Position, wie es dann gerade möglich ist. Hier scheitert er an Hiller. Noch nicht ganz Pause, noch einmal die Bayern-Eckstoß, Kimmich und von Kouassi aber erneut ein Kopfball, der nicht den Weg ins Netz findet. Der zweite Durchgang hat gerade erst begonnen, da gewinnt Müller den Ball gegen Wilsch. Und Serge Gnabry tritt an und läuft einfach allen davon. Serge Gnabry, was für ein Tor. 48. Spielminute, das 1 zu 0 für den FC Bayern München. Den trifft er perfekt, schlägt gut ein, nichts zu halten hier für den Schlussmann. Der Münchner Löwen. Jetzt aber konnte er sich wieder auszeichnen in der 60. Minute beim Schuss von Robert Lewandowski. Kommt er gut raus, verkürzt den Winkel und bekommt dann noch die linke Fußspitze ran. Von 18.60 kam aber, über die 90 Minuten hinweg gesehen, einfach zu wenig nach vorne. Kaum mal Torannäherung, von Tormöglichkeiten mal ganz zu schweigen. Die Bayern aber schaffen es auch nicht, die Entscheidung herbeizuführen, oder? Doch! Serge Gnabry scheitert dann Hiller und am Pfosten. Das war aber die letzte spannende Szene im Spiel. Bayern gewinnt mit 1 zu 0, hat damit wieder beste Chancen aufs Weiterkommen. Und für 18.60 könnte es jetzt nach zwei Spielen schon gewesen sein. Somit haben wir im Frankenderby Nürnberg gegen Fürth zwei Mannschaften, die das erste Spiel gewinnen konnten. Der 1. FC Nürnberg hier gegen Greuther Fürth in den dunkelroten Trikots von links nach rechts. legte los, als würde es keinen Morgen mehr geben. Und in der zwölften Minute bereits das 1 zu 0 durch Nicola Dovedan. Kleine Verschätze ich mit der Grätsche. Burchardt kommt raus, lässt sich dann tunneln. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen doof aus. Aber der 1. FC Nürnberg machte es auch gut und konnte durch Max Morlock in der 37. Minute fast sogar den zweiten Treffer noch vor dem Seitenwechsel erzielen. Ganz haarscharf geht der hier am linken Pfosten vorbei. War aber immer noch nicht Pause. Und Max Morlock musste sich nicht lange ärgern, denn er bekam direkt die nächste Möglichkeit. Da ist der Morlock, legt zum Torschützen Dovedan, bekommt den Ball jetzt wieder, schließt ab ins kurze Eck. 2 zu 0 in der 44. Minute. Nach dem 1 zu 0 gegen die Bayern war das hier von Greuther Fürth ein ganz Mauerauftritt. Und im zweiten Durchgang wurde es nicht wirklich besser. Greuther Fürth weiter hinten aktiv gefordert, aber sie konnten nichts mehr anstellen. Hanno Behrens in der 55. sogar schon mit dem 3 zu 0. Die Partie war entschieden und es war nur noch eine Frage der Höhe, die ja am Ende auch eine Rolle spielen kann. Denn das Torverhältnis sieht somit echt schlecht aus. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Burchardt klärt hier nicht gut. Markreiter nochmal Leveling dazwischen. Burchardt, was macht er denn da? Ja, kleine Raum. Es ist wirklich eine Slapstick-Einheit vom Allerfeinsten. Und Max Morlock behält die Übersicht. 4 zu 0 in der 82. Minute. Auch in der Höhe verdient, tunnelt da den eigenen Mitspieler und macht hier das Endergebnis perfekt. Für Nürnberg sieht es richtig gut aus. Greuther Fürth, ja, die müssen jetzt nochmal zittern, ums Weiterkommen. Der VfB Stuttgart bekam es mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun. Stuttgart spielte nur 2 zu 2. Kaiserslautern verlor sogar das Spiel gegen Karlsruhe. Das war nicht wirklich zufriedenstellend. Jetzt war man hier gefordert, aber die Schwaben machten das besser gegen die Roten Teufel. Kakao über die rechte Seite bringt die flache Flanke. Da ist Sasa Kalajcic. Und der junge Mann macht in der 20. Minute das 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Der 1. FC Kaiserslautern heute in den dunkelblauen Trikots. Bekam hinten viel zu tun, aber bekam nicht viel zustande. Nach vorne dann vielleicht mal selber Akzente setzen. Sie warten auf den ersten Treffer noch in diesem Turnier. Das ist Säkinger, der legt quer zu Fritz Walter. Und da ist Gral, der im letzten Moment noch aufpasst und das 1 zu 1 verhindert. Das war stark von Säkinger gemacht. Dann verdeckter Schuss. Treffer hätte gezählt, aber Gral hat auch das Glück des Tüchtigen. Der anschließende Eckstoß. Da behindern sie sich gegenseitig. Sieht nicht gut aus. Bachmann aber setzt nochmal nach. Kleine Sorge zu Kraus. Nochmal Kraus. 34. Naja, zumindest weiterhin Annäherungen dabei. Aber der Treffer wollte noch nicht fallen. Und man muss hier mindestens einen Punkt holen. Wenn nicht sogar den Dreier mitnehmen. Im zweiten Durchgang versuchte es der erste FCK weiter. Aber Stuttgart bekam wieder Akzente nach vorne gesetzt. Über Kakao. Der legt quer ab. Da ist Daniel Didavi. 2-0 in der 57. Das tat jetzt richtig weh für den FCK. War aber auch gut gemacht von Kakao. Der sich da dreht um die eigene Achse. Knapp über 20 Minuten noch zu spielen. Kaiserslaut dann aber steckte den Kopf nicht in den Sand. Da ist Fritz Walter. Und der macht in der 70. zumindest den Anschlusstreffer. Die Hoffnung kam zurück. Sie müssen hier mindestens einen Punkt holen. Sonst können sie das Ganze hier schon abhaken. Und sie bekamen nochmal die Möglichkeit. Schlussphase. Starkholt von Kleinsorge. Ein paar Übersteiger. Die Übersicht. Kühlwetter scheitert an Graal. An Endo. Nochmal an Endo. Und ein drittes Mal an Endo. 88. Minute. Es sollte heute einfach nicht mehr sein. Diese Szene hat es bewiesen. Der 1. FC Kaiserslaut dann wachte zu spät auf. Er zielte zu spät den Anschlusstreffer. Und verliert hier so gegen den VfB Stuttgart mit 2-1. Und muss sich dementsprechend wohl aus dem Turnier verabschieden. Das letzte Spiel in dieser Gruppe machte dann Karlsruhe gegen Waldhof Mannheim zum Objekt der Beobachtung über eine Viertelstunde schon gespielt. Dann der KSC mal, der gegen den 1. FC Kaiserslaut dann richtig gut spielte. 18. Minute Hoffmann mit dem Kopfball. Scheitert aber an Königsmann. Waldhof Mannheim spielt ja zumindest 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart. Musste hier jetzt aber auch nachlegen. Der Sieg würde den Mannheimern gut stehen. Aber auch der KSC würde gerne mit 6 Punkten rein starten in diese Spielzeit, in dieses Turnier. Und sie wirkten gut nach vorne mit. Choi, Flanke nicht schlecht, aber verfehlt dann alle Köpfe der Mitspieler. Da ärgert er sich. So ging es 0 zu 0 in die Pause. Karlsruhe war besser, aber verpasste es eben den Treffer zu erzielen. Und so war Mannheim noch auf Augenhöhe. Und im zweiten Durchgang wurde es besser, was Waldhof machte. Korte zu Guaida. Schuster kommt aus dem Rückraum angerauscht. 50. Minute. Die beste Möglichkeit bis dahin. Und Karlsruhe ist Schlussmann. Gersbeck schaut hinterher. Ophoff verabschiedete sich ja vom KSC. Über eine Stunde gespielt. Jetzt Kofi plötzlich alleine vor Gersbeck. Und er machte es. 64. Minute das 1 zu 0 für Waldhof Mannheim. Der KSC jetzt unter Druck. Da würde Mannheim vorbeiziehen an den Karlsruhern. 70. Minute. Karlsruhe nochmal mit dem Versuch auszugleichen. Mag es erst mal dazwischen. Lorenz, aber bleibt am Ball. Flanke auch nicht gut. Wanicek. Karlsruhe und jetzt Gondorf alleine vor Königsmann. Das muss es natürlich sein. Klasse Parade von Königsmann. Der hält hier den Sieg fest. Und damit gewinnt Waldhof das erste Spiel. Hat jetzt 4 Punkte auf dem Konto. Und hat gute Chancen zum Weiterkommen. Jo, das soll es dann vom zweiten Spieltag, also zum zweiten Teil davon gewesen sein. In gelb seht ihr die aktualisierten Tabellen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Adios. Macht's gut.